Wir sind wieder da, Freunde. Hallihallo, NLP über 18 hier. Welt 6, Level 9. Auf geht's! Jo, und dann müssen wir jetzt hier schon wieder rein. Oh, ein, äh, Wasser-Level-Okay. Nein! Okay. Okay. Okay, okay. 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 Ha! Damit habt ihr jetzt aber nicht gerechnet, dass ich da drauf komme. Ha, ha, ha. Hallo, da hoch. Okay. Die können also auch... Nech. Anfiswitch. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, da. Toll, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Nein! Nach! So, ähm, wenn ich... Moment. Komm du Feuerballerina, da ist nix. Ah, aber da ist was. Und, äh, ist das schon... Das ist es? Oh. Ja. Fünf Leben. Hoppala. Das ist gut. So, und, ähm... Machen wir zuerst ihn, oder machen wir zuerst C, ne? Wir machen zuerst ihn. Ah! Nach! Okay. Eieiei! Ich will einfach nur durch. Nein! Na, komm schon da runter. HEP! Warum schrei ich eigentlich so? Ach. Ja, es war auch so klar. Das war auch so klar. Das war auch so klar. Ach, das ist... Ach, das... So. So. Na! So, hier passiert mir nix. Ach. Das ist doch zum Mäuse melken hier. Das war echt zum Mäuse melken. Ach, nee! Ach, nee! Alter, da muss man wirklich schon hier... Das darf doch nicht weisen. Kommt der eine, kommt der andere nicht. Oh, ich katapultiere hier gerade meine Sterbensrate nach oben. Ach, nein! Ach, woanders kaputt gegangen. Sag mal! Ich mach auch immer wieder denselben Fehler. Nein! Da unten sind Stacheln! Aber warum sagt mir das keiner? Na, ach! Ich hab den... Mann, spring! Auch wenn ich dir das sage! Na, endlich! Ach, wow, wow, wow! Was ist das? Was ist das? Okay... Okay... Oh, wow, 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 wow! Na! Also, geht doch! Ich möchte euch ja schließlich alles zeigen, wenn ich schon das eigene Level da nicht schaffe. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich da irgendwie nicht zukomme. Eine Feuerblume, wie cool! Oh, danke! Blödmann! Oh, 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 was ist das? Interessant! Ach ja, jetzt sehe ich das auch! Da sind Dingens hinter... Oh! Ah, das war nicht gut. Ah! Da geht's ja runter! Nach! Mut das drauf, nja! Na, die wollte ich eigentlich haben. Nein, nicht... Ach, nicht wegtreten. Komm, mach kaputt! So! So, wieso weiß ich, dass ich da unten rein muss? Aaaaaah! So, und nü? Aaaaaah! Scheiß rutsch ich da, Mann! Ha! Jetzt Extra-Punkte! So! Puh! Help! Help! Ja, ja, ich komm ja schon. Oh, was ist da denn knuffiges da? Oh, es ist furchtbar! Oh, furchtbar, furchtbar! Der König wurde verwandelt! So, jetzt sind wir hier wieder. Ah, das fängt ja schon gut an. Ich sagte ja, es fängt schon gut an. Wie soll man denn dann? So. Man muss immer warten, bis das Bild da ist. Man muss immer warten, bis das Bild da ist. Ach, wie ich sie vermisst habe. Das war knapp. Aha! Äh, was soll ich da hoch? Nein. Wollt gerade sein. Wäre aber ein bisschen... Ah, da sind wir schon. Ach, auf den Baller, Baller! Okay, die machen mich klein. Komm her, Baller, Baller! Nein! Toll, und ich musste noch klein werden. Aber jawoll, Welt 6 geschafft, Freunde! Auch wenn ich das Level 5 nicht geschafft habe, aber... Pff, keine Ahnung wie. Ah, yippie, yippie, yippie! Oh, thank you heavens, I'm back to my old self again! Ja, das habe ich doch gerne gemacht. But hier ist a letter from the princess. Äh, ja, ja, ja. Ah, greetings, I will retrieve the magic whistle hidden in the darkness at the end of the world. Aha, okay. Und ein P, das ist gut. Ach, du liebe Zeitz! Welt 7! Wo bin ich hier? Okay. Da komme ich bestimmt drüben hin, zu dem Pilz, richtig? Können wir direkt mal gucken, was es da so gibt. Noch nicht. Ach, ne, da bin ich schon hier drüben. Okay, na, das gibt ein fröhliches Hin- und Hergelaufen hier. Das weiß ich jetzt schon. Mario Start! Ei, 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 ei. Okay. Jetzt sind wir hier also bei kleinen Röhren angekommen. Ist da jetzt irgendwo ein Pilz? Ne, kein Pilz? Okay, ei, ei, ei. Das hat jetzt aber was von den alten Gameboy-Spielen von Mickey Maus. Erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch noch? Okay, das ist auch wieder so, dass wir hier überall... Okay. Hep. Ja, genau. Wie geil. Das hat Espel von den alten Mickey Maus-Spielen. Okay. Okay, nein, das war verkehrt. Nein! Also muss ich da links rein. Na? So, Freunde, und dann mache ich hier auch Schluss. Warum ist nichts drin? Denn die Zeit ist erreicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Also, bis dahin. NRW bei 18er Jürgen.